So, heute geht es um die Silverspinner von Komet. Wirbelnd, zwirbelnd und funkensprühend mit Volldampf in Silvestervergnügen. Naja, wie es halt immer so auf den Packungen steht. Das ist eine relativ große Verpackung, sind sechs Stück drin. Steht auch hier oben unter der BAM-Nummer. Natürlich Klasse 1, Hersteller ist GY, Importeur natürlich Komet. NEM steht noch keine drauf, das heißt das ist keine ganz aktuelle Charge. So, nochmal die Packung von allen Seiten, wunderschönes Design. So sehen die guten Teile aus. Verarbeitung ist natürlich nicht mehr so gut wie früher. Vorne Anleitung natürlich, Hersteller, Importeur und so weiter. Der Treibsatz ist dünner geworden im Vergleich zu den älteren Exemplaren. Aber immerhin, was ich gut finde, haben sie hier unten noch wirklich eine Basis, auf der sie sich gescheit drehen können. So, dass sie nicht sofort hängen bleiben. Sind, wie ich finde, nach den Pyruetten so ziemlich die besten aktuellen Kreisel, die man kriegen kann. Natürlich kann man die schlecht mit alten Kreiseln vergleichen. Also, wenn man ein Liebhaber davon ist, sollten wir auf jeden Fall zu Raritäten greifen. Die probieren wir jetzt mal aus. Abonniert mich und bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.